Du wirst mir nochmal nachweilen. Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Steig in deine Maschine und verschwinde. Und ich rufe dich im nächsten Jahrhundert an, wenn ich dir verziehen habe. Ach, Jules. Das wäre niemals gut gegangen. Ja, weil es nicht ehrlich war. Wir sind eben zu verschieden. Hör mal. Sag ihm, dass du ihn liebst. Weiß ihn den Sauchenapfel. George? Was wird er dann machen? Er wird sich für Kim entscheiden. Du wirst neben mir stehen auf der Hochzeit, gibst ihm einen Abschiedskuss und fährst nach Hause. Deswegen bist du doch hergekommen. Mach's also. George ist nicht mein Verlobter, Michael. Hö, Junge. Das war eine Runde. Das war ein Sprich.